Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Giese und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast, heute zu einer neuen Folge mit den kosmischen News. Ja, und es geht um einen Dimensionsshift und um das Ende der Illusionen. In dieser Folge sprechen wir darüber, was jetzt für dich und deine spirituelle Entwicklung wichtig ist, wie sich das auf dein Gefühl dir selbst gegenüber auswirkt, was das in deiner Wahrnehmung und deinem Verhalten ändern wird, welche Illusionen sich auflösen wird. In dieser Woche wirst du vermutlich das Gefühl haben, dass all deine Erfahrungen, Gedanken, Gefühle und Ereignisse aus den vergangenen Wochen in dir drin einen neuen Platz finden. Vielleicht ist es so, dass du dich fühlst wie eine durchgeschüttelte Schneekugel, wo erst einmal alles durcheinander wirbelt, bevor sich das turbulente Chaos wieder neu setzt und ordnet. Am besten gelingt dir diese Neuordnung, indem du ruhig und achtsam bist. Also Achtsamkeit und Ruhe sind das absolute A und O. Schau einfach hin, was ich dir innerlich zeigen möchte. Schau hin, was äußere Umstände mit dir machen, sprich, welche Gefühle sie in dir auslösen. Es kann zu Missverständnissen und hitzigen Diskussionen kommen. Wir sollten dabei aber nicht aus dem Auge verlieren, dass es jetzt eher darum geht, dass jeder Einzelne von uns seine Prioritäten und Eigenverantwortlichkeiten neu definieren sollte. Es macht also wenig Sinn, Recht haben zu wollen oder die Fehler im Anderen zu erkennen. Je klarer du bist, je offener vor allem dein Geist ist, umso entspannter kannst du diese energetische Welle reiten. Wenn du dich in festgefahrenen Denkstrukturen verhaftet fühlst oder dich eher unentschlossenen Opfergefühlen hingibst oder gar anklagend die Schuld oder die Schuldigen im Außen suchst, dann kann diese Woche sehr, sehr unangenehm für dich werden. Wisse, alles, was dir im Außen begegnet, dient dir als Spiegel, dich selbst erkennen zu können. Auch wenn das manchmal verdammt schwer ist und wir manchmal auch gar nicht wissen, was die Dinge mit uns zu tun haben. Aber letztendlich ist es so und ändert nichts an dieser Wahrheit und es macht wirklich Sinn, bei uns selbst zu schauen. In dieser Woche liegt nämlich eine gigantische Wachstumschance, wenn du dich nicht von äußeren Triggern ablenken lässt. Reflektiere lieber, welche Erkenntnisse du die letzten Wochen erlangt hast, was dir wirklich, wirklich wichtig geworden ist und dann schau einfach, wie sich diese Prioritäten, diese authentischen Prioritäten in deinen Alltag, deinen Job oder aber auch sogar in deine Partnerschaft integrieren lassen. Ein ganz neues Selbstbewusstsein wird als Bonus auf dich warten. Eine klare Kompromisslosigkeit, also ein klares kompromissloses Gefühl für dich selbst. Die Fremdbestimmung von deinen eigenen Emotionen sowie die Fremdbestimmung von äußeren Umständen hat durch diese neue Klarheit einfach deutlich weniger Chancen. Du wirst ein viel höheres Energielevel haben, genauso Ideen und Mut sowie Antrieb, deine neuen Ziele zu kreieren und sie umzusetzen. Also was so in den vergangenen Wochen vielleicht sich eher als Stillstand anfühlte, wirst du merken, da kommen jetzt wieder neue Ideen, neue Kreativität, Mut, Lösungen und du wirst richtig an deinen neuen weiteren Zielen wieder arbeiten können. Besonders in der Woche ab dem 17.05. wirst du den Erfolg deiner Arbeit, dich selbst und deine Neuausrichtung unter die Upe zu nehmen, erkennen können. Da wird es schon richtig greifbar, dieser Erfolg. Da erzähle ich euch dann aber in der nächsten Woche auch was zu. Die Zeit, dass wir uns selbst etwas vormachen, ist vorbei. Dies ist eins der wichtigsten Merkmale des Aufstiegsprozesses. In der vierten und aber auch besonders in der fünften Dimension sind Selbstlügen, Masken, Sucht und Flucht dem Untergang geweiht. Und dass jeder von uns zumindest in die vierte Dimension wechselt, ist meiner Meinung nach jetzt der Fall. Einfach weil die dritte Dimension sich auflöst und zerfällt. Die Zeitlinien kollabieren und wir haben nicht mehr viel Zeit, das alte Spiel der dritten Dimension zu spielen. Einfacher ausgedrückt, die Art deines Wahrnehmens, Denkens, Fühlens und deines Verhaltens, so wie du es aus der dreidimensionalen Erfahrungsebene herkennst, entschwindet. Vielmehr werden sich unsere Wahrnehmungen, werden sich uns Wahrnehmungen erschließen, dass eine objektive Realität nicht vorhanden ist. Und dass trotz des Zusammenspiels zwischen unserer scheinbaren Realität und des Universums dieses letztendlich ein gigantisches, detailliertes Hologramm ist. Und dass die Trennung somit eine absolute Illusion ist. Mit diesem Erkennen löst sich die Illusion der Trennung auf. Und das wird ein Meilenschritt in der Menschheitsgeschichte sein. Wenn du das Gefühl hast, wir zwei sollten mal miteinander reden, wir sollten uns connecten, dann schau einfach mal in die Shownotes, stimm mal ein bisschen auf meiner Homepage. Bestimmt ist das ein oder andere dabei, was dir gefällt und was dich inspirieren kann. Ja, und scheu dich auch nicht, mich einfach anzuschreiben. Von Herzen das Allerschönste für dich, deine Elena.